Alle Macht im Himmel und auf der Erde ist mir gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch. Bis zum Ende der Welt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020